. Servus, ich bin der Manni von meiner Treue. Also heute hat man es unterzahlt, das Spiel überhaupt nicht fallen. Es war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau was los war. Aber am Freitag, am Freitag verbieten wir keinen zu schlagen. Und dafür geben wir alles. Immer Support. Also Jungs, heute haben wir verloren. Egal, ihr spielt den Liga in der Saison. Wir holen unsere Punkte, wir sind mega stolz auf euch. Jetzt holt ihr den Derbysieg, nur das zählt. Wir vertrauen auf euch. Wir setzen unser Herz an euch. Und das macht ihr Jungs. Wir vertrauen euch. Ich habe gerade gesagt, der macht es nicht blöd. Der langsam ist aber eben hart, weil jeder zu gute Reih spielt. Das war aber auch sonst nicht die ganzen den Eimern, den gut gehen kann und alles. Es war die Mannheimerei, die durch die Jungen sind immer hochgefallen. Oder Lampacher und so, das wird erst die Sonne spielen. Nur mal weiter in Fördern. Vielleicht fehlt noch ein erfahrener Mann, der noch mal drinnen, von der Abwehr noch ist, da bin ich nicht so weit. Aber irgendwie, da müsste ich jetzt mal sein, das ist nicht eingespielt worden. Heute saßen wir Mannschaften, die Gegner gehabt haben, die waren aber im Gegenteil noch am Tor und so. Mit dem weichsten Zweifel, der passt woher, weil wir ein Spiel haben abseits und dann ein gut nachher weggeschoben hat. Das war aber nicht okay, genau. Wir rehen, wir rehen, wir rehen! Untertitelung des ZDF, 2020